Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Battlefield 1 Jetzt marschieren wir die Festung ein, Alter, wir haben zu jedem Fall schon mal ein Luftschiff Die Sache ist, sobald wir die Festung geräumt haben, kommen die nicht wieder rein, weil das Luftschiff ihren Weg zur Festung blockiert Ich hab den vom Schütz weg Ich wurde gepankt Wieder neuer Angeschütz, ist tot Wir müssen das Luftschiff durchführen Wir müssen das Luftschiff durchführen Warte Da ist noch einer drin, da ist noch einer drin, der auf der Wand geht Dynamit, Anti-Tank Wo sind wir denn hier bitte drin? Was ist denn hier los? Wo sind wir denn hier? Ähm, Drake Ich bin tot Der liegt auf dem Boden, Brian, versuch ich zu ihm Der lebt immer noch Hab ihn, noch mehr Ich lieg aber, ich bin tot Kann mich jemand holen oder wird feucht mich angezeigt? Kenny, komm schnell Er kommt noch weiter Ich kann noch Brian holen Ich hänge fest Was? Jetzt Nein Bei dich Rein da Nee, warte, das ist die Kanade Jetzt Kanade Da sind doch genau vor mir Lauf Ich bin tot Ich hab brenn, ich hab brenn Nee, überlebens Du überlebens Alles gut Oh, Alter Okay, rein da Granade, Granade Geh weg Was seid ihr denn mit dem Mixer, Alter Geh mal hinter mir, Sternkarten, Strollblockiert Alter Oh, nein Geh weg Oh, Digga Das ist ja Ich blieb nicht immer in eine Granade, kommt auf den Boden Lass den noch vorgepuscht Äh, holt mich mal nicht wieder, vergiss das Die Tür ist noch zu, das sind ganz viele Ich versuch da mal, äh, mit Sturmsoldaten an die Tankrande reinzufassen Warte, warte, warte Da liegt der noch Ich bin tot Der lebt, äh, Heilungs Lass mich mal, lade aus, dass ich an die Tankranaden reinwerfen kann Das ist ja, dass die Tür kaputt geht, weißt du, ich komme nicht rein Derlich, ja Das ist tot Ich komm, ich komm, ich komm Ich hab die Tankranaden Ich bin aber fast tot Die kommen geputzt Ich komm nicht mal rein Die kommen geputzt, dass ich tot Ja, Mann A Wir haben's fast Wir haben's Ich bin jetzt denn wieder gestorben Die kommen nicht in A rein, weil die müssen über den Berg laufen, da ist das Luftschiff Das hat sich im Focke schon mal durch Da, wo wir gesagt haben, mit Deffen scheiße Ab und durch das Luft Geh, ich lass dich nicht zurück Danke Ja, die sind hier oben, in dem Raum Viel zu viele Hab irgendwas gefehlt Halt's ab Ich hab das wieder gelebt Ich hab das wieder gelebt Ja, hab's gemerkt Brenn, geht da weg, Brenn, geht da weg, komm Jo, Wann A Was ist denn graus, hat denn Nein 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 Da gehen viele Nades Schieb aber immer nur Strom Ja, schon Nein, vergehen nicht Ich bin tot Jammer Okay Nice Nice Ich bin grad hier richtig die Folge nicht beenden, also dann machen wir mal weiter Ja Ich hab drei Kills mehr, dass ich hier gleich Aber du bist einfach zehn Plätze vor mir Nice Also an der Küste, an der Map, wo wir jetzt waren, haben wir noch nie gespielt Doch haben wir schon mal Ich hab' uns aufgeregt, dass die Del, dass die Scheiße Deffen Das Reich seine Truppen zu einer letzten Schlacht zusammenzog Da, wo wir die Bunga hatten und so Ja, wir haben auch schon mal gekämpft Also ich bin jetzt gleich aufgeregt Ich kann schon nicht dran erinnern, aber Ich weiß halt, dass ich übelst drauf aufgeregt, weil das genau das Prinzip war wie hier Ach, die, das kenne ich Die ist voll, naja Eigentlich gut für Angreifer Ich glaube, die habe ich noch nie gespielt Was, du schon gespielt, das ist ganz schwer, da haben wir sogar ein Videobeweis Doch, du brauchst dabei Wann habe ich dich bitte gespielt? Wir haben gedaff, das war der Abend, wo wir angepisst waren Ach, da Wo die dann scheiße, wo wir scheiße Aber das ist eine Inzellende Wo die eine Inzellende war Ja, ja, genau das Wo wir uns da verschanzen wollten Und naja, irgendwie trotzdem reingekommen sind Mit Boot in die Reihen und dann sind die mit dem Panzer über die Brücke gefahren Aber was? Könnte man die Brücke nicht eingeschoben? Und den Dynamit weg springen Wir haben schon so gemacht, dass wir nicht weg springen Könnte man die mitlegen Und wenn die kommen, ja, das könnten wir machen Scheiße, ich bin schon soldatisch Ich bin in der Ladeschnecker So die typische Position Abwand dieser Reuer als Maul bitte Abwand dieser Reuer als Maul bitte Ich hab noch gar nichts Ja, Brüder, die kaiserlichen Toten Ja, Brüder, leck mich Wir müssen kämpfen Ich gehe a Ach, du Scheiße Ich will nicht mehr a sein Und schlägt erstmal die ganze Scheiße ein Fuck, rennt doch nicht weg Eel Komm rein, ja Ja Oh, da sind so viele drin in dem Links Ich hab fein getroffen Ich bin fast tot Ich bin fast tot Brauch's gar nicht, kommt rein eigentlich schnell Ich seh's Und guck dich alles an Ich geh die Ente da probierst du Ich hab zugenettet Keine Ahnung Was? Das zu holen? Ja doch, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht Nein, 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 nein 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 Komm, wir müssen das jetzt schaffen Die Abkriegen wir jetzt auch noch durch Nein Safe call Ich bin angesnackt Ich bin angesnackt Ich hab schon wieder Ähm, war das alles Ja, Mann So gut wie Alter Ich bin tot, Gars Alter, Mann Wurde Gars nicht mal Härte angezeigt und so klingt ein Symbol von Gars Alter, geh weg Ich will die Leute melden Nein, ich bin gestorben Hilfe Hallo, der hat den meisten hier ist, der werde ich gehört sein Lauf Lauf meiner Welt Der ist nach der Wand Nein, ich muss nachladen Das ist scheiße Nicht jetzt Oh fuck Wow Ich drück auf jemanden, den ich grad hier, was passiert Ich werd eiskalt Ich bin in dem Haus bei B Kann jemand bei mir spawnen oder so? Du bist bei B, ja? Ich bin unterwegs Ich bin in der Nähe Ich geh mal B, ne? Hm, ne, ich auch Ich geh mal durchs Haus vielleicht nicht Ne, ne, du könntest einfach bloß bei mir schäumen tot bist Wenn ich dann da bin Ich schläft, ich schläft Ich renne, ja Ne, ich renne auch Ich bin bei, ich bin bei Focke doch mit Ich bin bei Focke doch mit Ich war in irgendeinem Haus Ich weiß nicht, ob ich drüber springen kann Ja, kann ich Das ist der Bunker, den wir ja so scheiße verteidigt haben Ich geh hoch zur A, B ist nix für mich Ich steig mit Zübelstarte Lass mich doch rein, lass mich rein Von hinten, Kitty von hinten Jenny, hübsches Pferdchen Rein, rein, rein Wir haben A Wir gewinnen A wieder Ne, wir gewinnen A Mh, der Ende steht da noch Scheunen, Fahrgeschweißen Ne, ne, lass mal Komm A, die Straße Ich geh nicht ganz zu dir Ok, wir haben A Bei dem Haus Ich komme mit dir zu Hilfe Schließlich steht mein Pferd noch im Bunker Wir haben Einsatzzeiten Da links, siehste Da links, wo dieses Loch ist Kann mir jemand sagen, wie ich hier hochkomme? Ich bin tot, Brian, lass mich holen Ich habe mein Pferd festgefahren Jetzt Links oben auf dem Berg sind die Ich geh zu B Wir haben die auch klein Auf Ich geh hoch, versucht den links oben auf dem Berg zu holen Ihr Reiter, Theo, Dez Ich fühle mich so wie ein Samurai Letzt zu sehen als mit den MGs Ich bin tot 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 Da war ein Panzer frei Mann, warum hab ich immer heute Glück wenn ich sterbe In der Nähe deiner Position Ihr wach heute lugar Komm das ganze aussehen wird weg ist der Panzer Gitti ich kann bei dir spawnen 6 äh Focke wir wollen wir wollten nach hinten rum ich bin hinten rumgegangen und da sind 3 die bläsen und hab die alle weggeholt Gitti ich komm noch zu dir wenn ihr hier spawnen holen wir B, weil dann genug wär'n ich bin krass warte 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 ich hab was besseres, ich brauch' mein Pferd nicht ich brauch'n Healer Gitti, das ist Rammel Kaninchen Show das trägst du mit oder? ja wir nehmen einen, wir nehmen einen ganz hinten, musst du B, ich glaub zu A, A wird eingenommen wir nehmen einen, wir nehmen einen das ist Rammel Kaninchen Show, immer noch ich weiß ich hab Angst, Rammel Kaninchen Show ja, ist Trupp ausgelöscht ich hab' nicht gesehen ja, die schaffen da, die schaffen wir jetzt 100 Kronen nicht mehr zu halten ja, wir nehmen auch A1 ich mein' hier ist ja unser mega Soldat da ja, Fee verloren, jawoll wir haben den Sektor erobert wir haben den Sektor die haben den Sektor wir haben den Sektor ich brauch' echt Nieder ich bin grad auf Spawn, keine Ahnung wo ich bin mit Nieder von Buck Spawn ach, ich bin bei B drin ich kann nicht versuchen, zu dir aufzugehen gehen aber ich brauche halt den hieler gleich nochmal herrenn also als Sklave ja ne, als taktische Unterstützung ich geh nicht mal zur Hilfe, na ich geh da rein ich hab noch einen hol mich, hol mich, hol mich, hol den, genau hab noch einen Panzer hinter uns lag einer wenn du mir so vorgedacht konntest du mich jetzt echt nicht retten der Panzer hat mich wohnen, ich hab weggeholzt oh, da kommen Sani, da kommen Sani, da kommen Sani wir haben A fast wir haben A, ich glaube wir kriegen Klee einen Panzer ich geh nicht, schnell, schnell, schnell guck mal wo ich hier hocke ich, ich hocke vor dem Panzerraum vom Panzer Gini, du musst trotzdem nicht spawnen, das weißt du ich geh nicht zum Panzer ja, ich mein ja doch, du spawnst irgendwann automatisch ja ja, irgendwann ich bin aber wenn der Toten kommt und sieh vorbei ist ich bin die ich bin ja lauf doch ja hoch wohlfellend vorbei gechargt cool er belebt sich in dem Moment wieder, wo ich neben ihm steht, Danke Ich stand grad da, Wachsoldat-Kids. Ich such's. Nein! Nein, halt nicht. Fuck, wir müssen weiter pushen, wenn wir gewinnen wollen. Ich mein, wir haben noch drei Sektoren. Daddy spawned, ganz vergessen, Brian. Ja, ist so, ne? Ja, ja, endlich! Oben im Haus ist einer drin beim Fenster. Ja, oben, aus dem Fenster. Den geh ich nicht mehr jetzt. Oh, Alter. Der ist schon los. Mann. Wir sind jetzt in vierter Hochgerade, ne? Fahr einfach hier raus aus dem Fenster. Zack, bumm. Geschaufelt. Ja, nimm. Und weiter. Genau, und! Blödidee! Äh... Inder uns, ja. Nein! Fucker! Nein! Hilfe! 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 Danke! Danke! So darf man mal gucken wo ich bin. Hey, das war mal. Bohrrücken zu 2,0 in 7,5. Wow, das war so knapp Schatten, keine Munition mehr für den. Musik, muss in der Fall um die Zeit kommen. Das Haus stofft gleich zu 1. Jaaa... Jaaa... Ich sehe gar nicht mehr klar. Ich seh ja nicht was hier los ist. Hilfe ein Saus! Ich bin tot gesniped. Wo liegst du? Was ist ja los? Hilfe geht hier! Geht hier! Ich lieg irgendwo, ich hab Erbsen im Gesicht. Die sind bei den Häusern. Schnell hol mich ein. Hilfe! Halmkini du hast dich geholt und ich hab ihn zu fest. Hilfe! Hier? Jemand der kommt? Wir holen B! Ich bin hier und B drin! Ja, B! Wenn du vorbei los, was machst du? Ja, schön, dass du dich spielst, bohrst du! Sani! Danke! Oh mein Gott, was ist das? Nächster... Sektor! Nächster... Sektor! Nächster... Sektor! Nächster... Sektor! Nächster... Sektor! Sektor! Oh Scheiße, war mega geil! Oben im Turm! Oben im Turm! Scheiß egal, ob Sari, wir sind oben. Lass ihn nicht liegen! Lass ihn nicht liegen! Da, Panzer! Au! Au! Ich wurde vom Panzer weggerungen. Wir können es trotzdem wiederbeleben. Danke! Weiter pushen! Ein Panzer vorbei! Ich glaube, der Panzer steht ja direkt hier! Ich bin bei A! Ich bin tot! Ich bin tot! Ja, ich bin... WTF? Wie? Kommt! Wir haben noch zwei Sektoren! Ich bin tot! Ja, Panzer, ne? Wir haben noch zwei Sektoren! Ja, das muss man... Ich fokke! Boot! 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 Bist du Boot? Ja! Wir wollen C! Freie können rein! Wo bist du? Ich fahr grad Richtung C! Soll ich den Versorger nehmen? Oder Sani? Scheiß egal! Ich kann mir denn nichts vor! Bist du schau? Ne! Ich bin leer! Ich kann doch bei dir auch nichts fahren! Ich öffne nicht! Wir müssen jetzt gescheuen! Wartet! 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 Jetzt! 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 Wir sind alle hier! Ich hab drei Leute mitgenommen von Blau! Mh! Wir sind da, Alter! Nein, sie haben C! C gehört uns! Hier ist nur ein Typ irgendwo! A gehört auch uns! Guck mal in den Torben! Sie ist geil! Hier hoch! Der ist hier! Der ist hier! Der ist hier! Ja, wir hatten es auch fast! Sie ist ja sowas brauchen wir solche geilen Stürmer! Bombo! Die kommen wieder auf... Die sind auf C drin! Wie viele? Wie viele? Wie viele? Wie viele? Wie viele? Wie viele? Nein! Ich meine, wenn wir B und A haben, ist C noch einfacher! C kann manchmal als Ablenkung betrachten! Bei C war gerade einer drin! Wir haben B! Hier! Hier! Oh, fix A holen! Das stimmt! Das mache ich gerade! Der ist hier! Aber er ist hier gerade! Das ist hier! Das ist hier! Der ist hier! Der ist hier! der panzer trott weiter b genau vor mir ich kann ich kann nicht rennen oder genau vor mir das tut das ist neuer brücke dann rein kommst du irgendwie rüber ich bin unter der brücke komm 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 wo sie kurz vor mein schritt geholt ja immer tot ist schein ich bin drüben Achtung dass neidlein vorge... wir haben ein Einsatz von C aber gewinnt A wenn wir A und B haben wir die beste Ausgangsposition da hinten steht noch ein Panzer der auf uns schießt so ich bin dafür mal zuständig dass wir uns C holen Panzer wird sollen kann das selbe Prinzip wie gerade eben es sei es gut wenn es sterben würde oder B holt B schon abgestochen als auch ja ich bin tot wir müssen B holen alte B schaffst du das? schaffst du das B T ja ja wir haben es sind schon zur Hälfte hier nein nicht vergeben nicht vergeben ich will noch spawn spawn bei B ich hab mich verliess vor ich bin tot Kassetta Medica limitit in Sesto geht die ganze Schule wir sind zu zweit auf C wenn ihr B es schafft ist alles gut wir sind zu zweit auf C wir sind zu dritt wir sind nur zu dritt wir wurden von einem Festungsgeschütz aus geschaltet es sind alle tot es sind alle tot aber auch wir sind nicht alle nicht alle wir wollen C komm 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 wir verdienen C es ist nicht genug auf C nein fuck 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 ich bin fast tot nein wir haben das einsetzziel Wer fährt ein Schiff ich ja und wir sind fast wieder voll wir müssen nur es zeigt Städt wir sind gleich da sie sind da ich suche schnell raus um mich zu holen wenn jetzt alle hier scheuen schaffen wir schnell genug nein mit Polium B doch komm, schnell scheuen jeder der jetzt scheuen macht es schneller voll wir verlieren gleich A als weiter so geht wir schaffen das läuft noch wir brauchen noch mehr Leute hier komm 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 nein ich wollte fest und schützt nein 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 wir verlieren A wir verlieren A und wir verlieren C wir haben C wir brauchen A wir verlieren B ist du da A ich bin bei A ich bin bei A ich habe eine Granate, nein das Club wird nicht reichen wir brauchen wir brauchen wir brauchen oh das sind so viele bei C bei A auch da ist ein Panzer der Panzer ist schratt wir brauchen A nur noch C die sind bei C ich hab mal durch dich dort geschossen ich hab mir das mal erlaubt wenn ich bin tot wir schaffen 10 nicht doch wir schaffen das ist gleich hälfte der hälfte von truppen wir haben zwölf leute wenn ihr jetzt nicht schafft sie langsam anzugreifen verlieren ja ich bin auch bei c fessungsgeschütz wir müssen weg fackern ich bin tot wir haben trotzdem noch c komm 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 wir das schaffen es geht so krass es wird langsamer nein 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 wir schaffen es wir haben den A rauf rennen rauf rennen nein komm komm doch doch es ist noch nichts ich bin tot ich bin tot ich bin tot wir haben A verlonten wir haben A verlonten wir haben A verlonten ich bin verbrannt ach du scheiße ich bin tot oh 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 21 ich bin gespottet ja du hast gar nicht genug genug gekriegt was war das für eine offensiv wir kriegen ihn immer wieder auf mein Leben klar wir haben 50 Leute ja aber ist nicht genug eigentlich ich bin tot wo bist du? bist du im Haus? oh digga kann doch beleben also 53 kann man wahrscheinlich nicht schaffen aber oh oh wiederbeleben ja ich lüfte ihn wieder aufstehen oh wir werden uns das nicht lassen leider ich schließe fast in jetzt haben wir den ersten Sektor jetzt haben wir den ersten Sektor nicht lange alles so jetzt noch mal was ist noch 2 Sekunden? ja weißt du auch noch insgesamt alle in diesen Jügelsteinen schon da alle die kämpfen die wieder folgt boah wenn ich den Panzer so schön sehe 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 ich mein A da Panzer ich lande bei A also landen schimmel die auf A alle weg die da hinter Stein sind welche ja ist einer tot oh gott oh gott oh gott ich bin ein Stern das Flugzeug war nahe hingeschöpft für euch ja ich hab's grad gesehen das Suizid ich soll den Suizid schläft noch ich hab einen ich hab einen komm A kriegt mich einer bitte rein ich bin tot Landkreuzer von rechts nein wo sind die Dänke ja der kann grad in die Ecke hinter mir ja ist tot alter wir schaffen das unmöglich niemals doch klar wir haben das wir denn noch schaffen bei A gespawnt beim Panzer gespawnt Jo man B wir müssen A erobern Panzer ist bei A ne ich bin B nicht Panzer ist da Panzer ist blauen bei niemals hey Leute schuld euch chillt ja bei mir ist einer ne ich mein wir müssen da rüber zu B kommen war abgestochen Panzer ist weg wir haben B oder ja ne wir haben A noch nicht ich mein A wir haben A aber wir werden den nicht schaffen hinter mir rein holen irgendwer bitte wir müssen jetzt mit aller Kraft noch B wir müssen B holen alle rüber rennen wenn ihr jetzt wenn ihr nicht den Punkt angreifen kann man es vergessen vorhin doch dass die Leute sporen ja noch 6 Leib warte 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 rein ich bin schon schnell schade ich bin schon schnell nicht ich bin schon schnell geschafft woher schade schade das war ein Kampf was er noch gut und wir haben sich hier vor allem ist es halt bei der ersten Zeitung mehr hat nur den Sektor doch schade vielleicht den Zerfall des reichens Städte mit der Berliner Zeit geschaffen noch einige Monate das Wort hat er das ist schon die Ausstellung sehen steht zwar total beschissen verstehe ich wahrscheinlich auch du stehst besser als ich glaube ich vor allem ich werde nicht sagen aber das kann man nicht Niederlage nehmen so so EI EI Karamba Schöne Niederlage so die Animation ist Gidi Gidi ist die Animation ist 32 so, wo bin ich? was soll ich noch sehen? Elfter, schade als ob ich noch 15,16 habe Gidi hat verteidigt den Plugin zu 7 was habe ich als ob wir drei noch so wenig Kills haben Oberflaken 5 ach so ja ich sehe noch nicht deswegen äh wir haben einfach so wenig Kills das ist schon ein bisschen, naja, komisch okay, das wird in der Folge Battle 4.1 dann und schönen Tag auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal und tschüss schönen Tag